Heute zeige ich dir fünf gute Quellen, wo du Soundeffekte und zum Teil auch Musik für deine YouTube-Videos bekommen kannst. Von den Möglichkeiten, die ich dir in diesem Video vorstelle, sind zwei kostenpflichtig und drei kostenfrei. Alle haben aber gemeinsam, dass du die Soundeffekte und die Musik für deine Videos verwenden darfst und weiterhin monetarisiert werden kannst. Das ist ja bei manchen Soundeffekt- und Musikanbietern so ein bisschen das Problem, dass wenn man das benutzt, dass man dann einen Claim bekommt und das Video nicht monetarisieren darf. Das ist bei diesen Möglichkeiten, die ich dir vorstelle, nicht so. Du darfst das mit bestem Gewissen verwenden. Und ich beginne jetzt auch direkt mit der Möglichkeit Nummer 1 und das ist eine kostenpflichtige Möglichkeit, die Seite artlist.io. Hier kannst du zum einen Musik erhalten, Soundeffekte und auch so Stock-Footage, also auch so Videos und Bilder, die du dann in deinen Videos verwenden kannst, um deine Videos etwas spannender zu machen, wenn du zum Beispiel über etwas redest. Dann kannst du diese Videos, die du da auf dieser Website findest, in dein Video mit einbinden, wenn du das Abonnement von Artlist hast. Das ist auf jeden Fall eine sehr, sehr gute Möglichkeit, wo ich weiß, dass sehr viele YouTuber diese Seite nutzen, um ihre Musik für ihre YouTube-Videos auszusuchen, weil da wirklich ein sehr, sehr breites Portfolio angeboten wird. Eine weitere Alternative ist Epidemic Sound. Das ist so die Seite, die ich eigentlich am häufigsten benutze für Musik- und Soundeffekte. Die haben nämlich eine sehr schöne Filtermöglichkeit. Da kann man zum Beispiel nach Vlog suchen und dann findet man passende Musik für den Vlog, den man gerade dreht. Oder Hintergrundmusik oder man kann Soundeffekte eingeben und dann nach bestimmten Soundeffekten suchen. Also da finde ich das auch sehr, sehr schön aufgezeigt. Die haben da wirklich ein sehr breites Portfolio an diversen Soundeffekten. Und Musik. Ich habe übrigens auch schon mal ein Video hochgeladen mit über 50 Soundeffekten, welches du dir einfach so runterladen kannst und diese Soundeffekte für deine Videos benutzen kannst. Also falls du das noch nicht gesehen hast, dann klick da gerne mal drauf und schau, ob irgendwelche Soundeffekte für dich dabei sind. Da habe ich nämlich so die wichtigsten und die bekanntesten vielleicht auch zusammengesammelt in ein Video gepackt, dass du einfach alle direkt in einem hast und dir nicht alle einzeln draussuchen musst. Neben meinem Video gibt es auch noch weitere kostenlose Möglichkeiten, unter anderem My Instance. Kennst du vielleicht noch die App My Instant Button? Das war einfach so eine App. Da hatte man so einen roten Button und den konnte man dann drücken und dann gab es dann irgendwelche Soundeffekte. Und man konnte die dann nach und nach drücken. Und immer wenn irgendwer was Lustiges gesagt hatte, dann konnte man so einen Lacher abspielen. Oder wenn sich jemand hingesetzt hatte, dann konnte man so einen Furz abspielen. Und das hatten irgendwie eine Zeit lang alle. Und da gibt es auch eine Website, wo man alle möglichen Instant Button hat mit allen möglichen Tonspuren von bekannten Memes und allen möglichen Sounds, die man so kennt. Sei es die Windows-Hochfahrmusik, die Windows-Runterfahrmusik, die Mail-Eingang- und Ausgangmusik oder Original-Tonspuren von diversen Serien. Also da gibt es so, so viele Sounds und Möglichkeiten. Das kannst du ja mal angucken. Und da kann man dann auch direkt auf diesen Button draufklicken, sich das einmal anhören und das dann auch direkt als MP3 runterladen. Das finde ich richtig cool, weil so kann man auch so ein bisschen mehr so diese witzigen und bekannten Sachen in seine Videos einfließen lassen. Finde ich richtig gut. Dann braucht man sich das nicht selber raussuchen. Viele Leute auf YouTube binden ja auch diese ganzen Memes mit in ihre Videos ein. Je nachdem, an welcher Stelle es dann eben passt in dem Video. Und das sind die Soundspuren von den Memes. Also wenn du nach Effekten suchst, nach Soundspuren von bekannten Memes oder von bekannten Sounds, die man eben so kennt. Also ich glaube, da gibt es jeden Sound. Als ich diese Seite neu entdeckt habe, da habe ich mir erstmal alle möglichen Sounds angehört und die Sounds, wo ich meinte, die könnte ich eventuell mal in das eine oder andere Video einbinden, habe ich mir runtergeladen und in einen Ordner gepackt. Dann habe ich die immer auf meinem PC und ich muss nicht immer die Seite aufrufen und nach den Sounds suchen. Eine weitere Möglichkeit ist vielleicht dein Schnittprogramm. Je nachdem, welches Schnittprogramm du benutzt, werden da auch eigene Soundeffekte angeboten. Ich benutze Final Cut Pro X. Das ist eine riesengroße Ansammlung, ein großes Angebot an Soundeffekten, die ich in diesem Programm schon integriert habe, die ich dann benutzen kann. Das finde ich sehr, sehr spannend. Wenn ich jetzt hier mal meinen Final Cut Pro öffne, kann ich dir das einmal zeigen. Da kannst du einmal schauen, ob es das von deinem Videoschnittprogramm auch gibt. Ich weiß auf jeden Fall, dass es das bei Final Cut Pro gibt und auch bei iMovie. Also Apple bietet das auf jeden Fall an. Vielleicht gibt es diese Pakete auch online runterzuladen. Da musst du mal gucken, ob es das vielleicht auch gibt. Aber da muss ich hier oben einfach nur auf dieses Musikzeichen klicken, dann auf Toneffekte gehen und da werden mir dann unzählige Toneffekte angezeigt. Die kann ich dann nach Zeit sortieren, nach Name sortieren, nach Genre sortieren. Die sind auch manchmal so ein bisschen komisch benannt. Da fällt es mir irgendwie schwer, Sachen zu finden, die ich spezifisch suche. Deswegen habe ich mir auch alle erstmal einmal angehört und mir die Sachen aufgeschrieben, die ich gerne öfter verwenden möchte. Wenn ich zum Beispiel so einen Swipe-Sound haben möchte, dann weiß ich, ich muss den Golf Hit 2 Sound nehmen. Aber das muss man natürlich erstmal herausfinden, welche Sounds man am liebsten verwenden möchte. Die nächste Möglichkeit für kostenlose Soundeffekte für deine YouTube-Videos ist die Seite pixabay.com. Und auf die hat mich der liebe Pascal von dem Kanal und zack glücklich gemacht, weil ich habe ihn gefragt, welche Seite er denn benutzt für seine kostenlose B-Roll, also Videoclips und Fotos, die er in seinen Videos einblendet. Da meinte er, die sind kostenlos und dann habe ich ihn gefragt, was das für eine Seite ist. Und das ist die Seite pixabay.com. Und da gibt es eben nicht nur Fotos und Videos, die man kostenlos für seine eigenen Videos verwenden kann, sondern auch Soundeffekte, Musik und sogar Illustrationen und Vektorengrafiken. Also eine breite Palette an kostenlosen Add-ons für die eigenen YouTube-Videos, um die etwas spannender zu gestalten. Da klickst du dich am besten einmal durch und hörst dir verschiedene Sachen an und schaust, was am besten für deine Videos passt. Das ist generell bei all diesen Seiten so. Also man kann da echt so viel Zeit rein investieren, nach geeigneten Soundeffekten und nach Musik zu suchen. Deswegen habe ich dir jetzt verschiedene Möglichkeiten gegeben, einmal kostenlose und kostenpflichtige, weil ich glaube, bei den kostenpflichtigen ist da schon der Vorteil, dass man nicht unbedingt eine größere Auswahl hat, aber eine gezieltere Auswahl, dass die Sortierungsmöglichkeiten da etwas besser sind. Dass man zum Beispiel Vlog eingeben kann oder Kochvideo oder sowas ähnliches, dass man da so geeignete Musikgenres schon für die spezielle Art von Video, die man filmen möchte, vorgeschlagen bekommt. Das finde ich da auf jeden Fall sehr, sehr vorteilhaft. Ich glaube, das ist bei diesen kostenlosen Seiten nicht unbedingt immer der Fall, dass man da so gute Möglichkeiten hat. Deswegen benutze ich ganz gerne Epidemic Sound und in Artlist arbeite ich mich auch noch rein, weil da gibt es auch viele weitere Lieder, die es bei Epidemic Sound nicht gibt. Deswegen benutze ich beides so ein bisschen in Kombination. Und falls du jetzt wissen möchtest, wo du außer auf pixabay.com weitere gute Videos und Fotos für deine Videos finden kannst, dann schau dir gerne dieses Video hier an. Da zeige ich dir nämlich die meines Erachtens besten Quellen dafür oder schau mein letztes Video, falls du das noch nicht gesehen hast. Ansonsten freue ich mich, wenn du beim nächsten Mal auch wieder mit dabei bist und ich sage mal bis dann. Mach's gut. Ciao. Ciao. Ciao.